Musik Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder der Zagermachs und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, in diesem Video spielen wir Battlefield 4. Wir sind in der russischen Mannschaft und ich muss auf jeden Fall wieder ein bisschen leiser schalten. So. Da sind wir noch zu laut, Alter. Achso. Ja, speichern. So, jetzt müsste es passen. Ähm, wie ihr mitbekommen habt, ihr habt es glaube ich noch gar nicht mitbekommen, weil das hier dadurch sehr sucht. Ich habe Call of Duty Black Ops 3 und Black Ops 2 noch aufgenommen, das kommt auf jeden Fall auch auf meinem Kanal noch online. Ähm, ich muss euch eins sagen, bei Call of Duty Black Ops 3, da habe ich aus Versehen den Sound, den Spielsound zu laut gemacht und man hat mich kaum gehört. Das fand ich halt mega scheiße, deswegen schraube ich das hier runter. Und, ähm, ja, wir spielen jetzt Battlefield 4. Und, ähm, ich nehme das hier komplett auf. Ich schneide das Video nicht, weil das das erste Video ist, das schneide ich nicht. Ich habe auch bei Call of Duty Black Ops 2 und 3 auch nicht geschnitten. Aber, bei den nächsten, äh, Folgen werde ich auf jeden Fall schneiden. Und, ähm, halt die besten Highlights rausschneiden und so schneide ich. Aber jetzt hier das Video nicht. So, warte mal, ist da jemand? Ist da jemand etwa? Da ist einer. So, er ist down. Noch einer down. Ich bin hier, glaube ich, Level 12, wenn mich das jetzt hier nicht täuscht. Und, wir spielen halt Eroberung. Das ist mein Lieblingsspielmodi, aber natürlich nehme ich auch andere Spielmodis auf. So. Wo sind denn die Gegner? Anscheinend führen wir. Das ist mega gut. Na, Panzer? Alles für den Schritt. Ja, klar. Direkt zwei Leute wieder hinter mir. Nee. Mann. Das gibt's doch nicht. Jetzt kommt der Spruch wieder. Doch, bei Roller. Ja, 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 Leute. Ich weiß es. So. Eigentlich sieht das im Moment ganz gut aus hier. Ich könnte eine Karre gebrauchen. Da ist eine Karre. Die snacke ich mir direkt mal. Weil zu Fuß hinlaufen. Nee, danke, Leute. Dazu bin ich ein bisschen zu faul. So, wo ist die Karre? Oh, warte mal. Hier wird ja auch einiges übernommen. Das geht ja mal gar nicht. So, direkt mal gucken gehen, was hier los ist. Da ist doch einer. Alter! Ich blicke jetzt hier gerade gar nicht mehr durch. Leute, ich blicke hier gerade gar nicht durch. Okay. Ich blicke jetzt hier in der Stellung gesichtet. Ja! Äh, Leute. Ernsthaft? Mega-Fail des Jahrtausends. Ich gucke so gerade in der Aufnahme. Warum? Warum nimmt der mein Sound nicht auf, was ich rede? Meine Fresse. So. Jetzt hoffentlich klappt es alles. Jetzt ist er schon wieder ausgefallen. Ich glaube, ich habe das jetzt rausgeschnitten, die ganze Kacke. Tut mir leid, Leute. Oder ihr habt einfach nichts gehört. Warum wird der nicht mit Strom versorgt? Das ist das ein... Das ist komisch. Der Stecker ist voll kaputt, Mann. Schade, Alter. Scheiße, scheiße. Okay. Da muss ich mal gucken, ob ich Ersatzkabel kaufen kann. Das muss ich mal gucken. Ich rede und rede und rede. Und das nimmt einfach nicht auf. Ja, gut, ne? Kann man mal machen. Muss man aber ja nicht, ne? So, okay. Das haben wir erobert. Dann überobern wir jetzt mal D. Ne, 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 mein Freund. Dich habe ich gesehen. Vier HP hast du noch. Willst du mich komplett verkackern? Vier fucking HP. Äh. Ja, gut, ne? Ich habe gedacht, Alter. Das ist ein Feind. Ein Feind! So, jetzt muss ich aufpassen mit dem Kabel, Alter. Ich darf da nicht so hart drangehen. Holy moly, Alter. Wart mal, es geht doch hier irgendwo runter, oder nicht? Da ging es runter. So, wie sieht es aus? Naja. Oh! Bruder. Wird das jetzt hier eingenommen, oder wird es... Okay. Nice, nice, nice. Wuh! Wo sind die? Okay. Okay, warte. Jetzt muss ich mich mal grad wieder hier zusammenreißen und drauf achten, wo die sind. Digga, wie viel hält der denn aus? Was? Ein fucking Double Kill. Oha! Oha, was geht denn da ab? Okay, warte, warte, warte. Komm, komm, komm. Bitte. Die... Ah. Man braucht immer so lange, um zu v-spawnen. Okay. 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 So, dann erobere ich das grad mal mit, so. Äh... Wo sind die ganzen... Gegner. Wo sind die Gegner? Auf jeden Fall sind da hinten welche. So, ob du denen nicht ernsthaft gekehrt hast. So, dich hab ich aber jetzt. Okay. So, jetzt muss ich hier grad noch ein bisschen konzentrieren wirklich und aufpassen. Denn hier schwört alles rund um den Feinden. Oha. Na? Ah, Junge. Okay, warte. Wuhu! Hinter dir, Mann. Alter Belly, Alter. Was geht hier ab? Geht hier alles down. Wir töten einfach alles. Alles, was uns in die Quere kommt, töten wir. Hä? Oh, lol. Hi. Was geht, Alter? Ich hab mich ja gar nicht gesehen. Tolle Wurst. Mann. Als ob. Also, wie gesagt, in der nächsten Folge wird auf jeden Fall sehr viel geschnitten. Nur die guten Sachen kommen rein. Nice. Okay, Schissbaum. Ja, die ist wieder runtergekullert wahrscheinlich. Okay, der ist auch down. Ja, alles klar. Alles klar. Wir erobern ja alles. Junge, Alter. Die haben keine Chance, ey. Die haben wirklich keine Chance, ey. Keine Ahnung, wo du hin willst, aber du solltest lieber wieder herkommen. Ja, ja, ich sollte wieder herkommen. Ah, Mann. Ich hab gedacht, ich schaff den noch zu kaputt zu machen. Aber nein. Okay, der ist ausgestiegen. Und rennt um sein Leben. Hahaha. Nice. Äh. Gut, ne? Okay, go, go, go. Ah, ist auch betroffen. Oh, scheiße. Dann gehen wir erstmal A gucken, was da los ist. Okay. A ist im Moment frei. Einmal mal eine Granade hochwerfen. Einsatzstil Alpha ist neutralisiert worden. Kann ja nicht schaden. Da hab ich dich doch gehört, Alter. Da hab ich dich gehört, Alter. So einfach machst du mir das nicht hier. Und go, go, Alter. Was? Oh. Nice. Was hab ich denn da bekommen? Oh. Sehr viel XP noch. Geil. 10.000 weiter. Okay, go, go, go. Jetzt versprengen wir mal die Bude hier. Bam, Alter. War es alles eine Killhilfe? Willst du mich verarschen? Ja, klar. Als ob eine Killhilfe. Wo ist mein Auto? So. Okay, die haben ein weiteres erobert. Wuhu. Ich liebe in Battlefield hier Auto zu fahren. Moinsinn. Oh. Okay, nice. Das erobern wir auch noch. So. Wir erobern heute einiges. Nein, ich will nicht mitfahren. Alter, nice. What? What the fuck? Okay, F. Okay, F hat wieder eingenommen. Das hat er oben. Okay, wir führen auf jeden Fall richtig brutal. Das ist übertrieben. Wie wir führen. Ich bin auf den siebten Platz. Okay, nice. Aufnahme läuft noch. Audio geht auch noch. Ey, ich wusste auch, dass du da bist. Scheiße. Das Medi-Kit ist für dich. Ja, ist für dich selber. Killer-Krise. Aha. Ah, nice. Du bist direkt hier? Nice, Dude. So. Gucken wir mal. Der Dude war auf jeden Fall hier hinten. Nein, 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 nein. Du läufst hier nirgendwo hin. Das sag ich dir. Das darfst du ja mal gar nicht. Panzerjäger. Südlich deiner aktuellen Stellung. So, was geht hier ab? Hier ist auch nix los. Guck mal, wir haben einfach alles erobert. Was es nur geht. Okay, so. Okay, so. Yo, Alter. Alter. Wir rotzen einfach alles weg. Alter. Ha. Easy. Easy peasy, Alter. Lol, ey. Das war geil, Leute. Wir haben richtig hart gewonnen, Alter. So, jetzt gucken wir mal, was ich alles bekommen hab. Wow, Level 13, ja. Nice, okay. So, Level 13 Easter. Nice. Waffe ist auch freigeschaltet. Aber die muss man ja irgendwie kaufen oder nicht. Uh, genau. Apropos Battleboxen. Dazu kommen wir gleich mal. Wow, geil, Alter. Das ist richtig gut. Das war richtig gut, Decker. So, denn, Leute. Ich hab was vor vielleicht mal. Ähm. Ich hab wahrscheinlich vor, ein Pack Opening zu machen von Battlefield 4. Denn, wenn es mal hier geladen hat, zeige ich euch mal, warum ich das machen will. Denn, ähm, wo war das hier nochmal? Soldat, Store, Battle Packs. Äh, nee, das sind ja nur Kaufen. Ich will ja hier gucken. Äh, wie kann ich das denn? Nee, gucken. Startseite. Boah, jetzt bin ich grad wieder gefragt. Ach, hier. Leute, denn, wie ihr seht, ich hab hier paar Gold Packs. Ein paar ist gut, ne? Guckt euch das hier an. Die kann ich einfach mal alle öffnen. Auch, ich hab schwarze, goldene, noch mehr. Ich, Bronze, äh, ich hab so viele einfach nur. Und die könnte ich, wenn ihr wollt, ähm, könnt ich ein Pack Opening machen und die nach und nach öffnen. Das kann ich auf jeden Fall machen. Wenn ihr Lust habt, lasst doch ein Like da. Würde mich tierisch freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. mit V.